So, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich über euer Interesse. Am Ende werdet ihr wissen, wie ihr euer AC besser meistert. Egal, was es für ein AC ist, egal, ob das ein internes AC ist, das ihr vielleicht machen müsst, um die nächste Führungsstufe zu erreichen, oder ob das ein AC ist, den ihr wo absolvieren müsst, um überhaupt erst mal genommen zu werden von dem Unternehmen. Für beide sind die Tipps hilfreich. Ich selber komme aus der Wissenschaft. Ich habe über Assessment Center meine Doktorarbeit geschrieben. Lasst es alles weg, versprochen, sondern es geht nur um praktische Tipps, nicht um wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Assessment Center. Hier die Agenda für heute. Wir gucken uns vier Sachen insgesamt an. Die Selbstpräsentationsübung, Postkorbübung, wie gehe ich mit Fallstudien um, wie sieht es aus mit Rollenspiele und Gruppenübungen. Im zweiten Teil geht es dann um das diagnostische Interview, um Outdoor-Übungen, um Beobachterfehler und um generelle Verhaltensstrategien. Selbstpräsentationsübungen. Wie sieht es aus? So sieht es aus, wie ihr hier auf dem Foto seht. Ihr habt ein Beobachterkremium. Die sitzen hier rechts im Raum und schreiben alle fleißig mit. Die haben natürlich Beobachterbögen auf ihren Knien, wo genau steht, auf was die jetzt bei euch schauen. Und ihr selber steht da vorne und müsst jetzt in zehn Minuten was präsentieren. Was ihr präsentieren müsst, habt ihr davor vorbereitet in einem extra Raum. Während ihr vorbereitet, hat gerade schon ein Mitbewerber von euch hier präsentiert. Also das geht wie am Fließband und natürlich ist dadurch auch die Vorbereitungszeit begrenzt. Das heißt, ihr habt zum Beispiel zehn Minuten Zeit, erstens die Punkte euch auszudenken, die ihr präsentieren wollt, und dann die Visualisierung zu gestalten. Eine typische Aufgabe wäre, Achtung, das ist jetzt Original, Anmoderation aus dem AC. Bitte präsentieren Sie dem Beobachterkremium drei Meilensteine Ihrer bisherigen beruflichen Entwicklung und setzen Sie sich dann noch mit dem Thema Führung auseinander. Ihr habt euch für eine Führungsposition beworben und erwähnen Sie dabei das Thema Delegation und Personalentwicklung. Teil A, drei Meilensteine Ihrer beruflichen Entwicklung, soll fünf Minuten dauern und Teil B, das Thema Führung, auch fünf Minuten. So, jetzt habe ich zehn Minuten, mich da vorzubereiten, bin in dem Raum und bin natürlich total aufgeregt und, oh Gott, was mache ich jetzt? Und dazu ein ganz wichtiger Tipp, reduziert, 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 auf Wesentliches. Es ist nicht wichtig, wo ihr auf der Grundschule wart. Es ist vielleicht auch nicht wichtig, auf welchen Unis ihr überall wart. Beim Thema Führung versucht dann wirklich auch nur einen großen Punkt zum Thema Delegation. Was ist mir da wichtig? Zum Beispiel, dass ich beim Delegieren nicht nur Aufgaben delegiere, sondern auch Verantwortung. Es bringt ja nichts, wenn ich den Leuten sage, mach dies und das, aber informiere andere nicht, dass sie jetzt auch mit der Macht sozusagen ausgestattet sind, diese Aufgabe zu lösen. Das wäre ein ganz, ganz praxisrelevanter und wertvoller Hinweis. Ja, und beim Thema Personalentwicklung, dass ihr euch eben auch begreift als Führungskraft, als Personalentwickler, dass ihr spannende Aufgaben den Leuten gebt, damit die sich gut entwickeln können. Und dass ihr Mitarbeitergespräche sehr ernst nehmt, dass ihr wirklich da seid für die Mitarbeiter als Coach und so weiter. Und dann habt ihr jeweils einen guten Punkt gemacht und fertig. Es kommt nicht gut, wenn ihr die Zeiteingaben nicht einhaltet. Ja, am Ende kann es sein, dass nochmal ein Block dranhängt, nochmal fünf Minuten, wo die dann euch befragen, so beiden teilen. Die Beobachter, da gehe ich nur ganz kurz drüber, weil man das hier nicht so richtig erkennt, die haben richtig einen Beobachtungsbogen, wo sie natürlich hier hinten Noten machen, ja nur das ist wichtig, die geben richtig Noten für euch. Hier steht 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schulnoten. Und dann haben sie hier verschiedene Kategorien, das greifen mal jetzt drauf, das heißt Aufbau einer Rede. Und dann sagen sie, naja, die Aufbau war nicht so gut, da gebe ich Schulnote 5. Ja, dann machen sie hier ein Kreuzchen und so weiter. Und das machen alle Beobachter und am Ende wird der Durchschnitt gebildet von allen Beobachtern, also das arithmetische Mittel. Und das ist dann eure Note. Ihr habt jetzt von 2 in 5 gekriegt, von 2 in 4, dann ist der Durchschnitt 4,5. Und das steht dann da drin und am Ende wird das quantitativ zusammengefasst und dann seid ihr gut oder schlecht. Und das Thema Körpersprache ist halt auch drin, das kann man jetzt hier nicht so gut erkennen, das ist hier weiter oben. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr eben auf diese Hand und die Fußspitzen so stark achtet. Die Postkop-Übung ist sehr speziell, weil alle anderen Übungen gibt es auch irgendwie einzeln oder gibt es irgendwie so mal zwischendurch. Aber die Postkop-Übung ist eine echte AC-Übung, die es auch sonst nicht gibt. Die gibt es auch nicht einzeln. Es wurde noch nie irgendeiner nur mit einer Postkop-Übung eingestellt, sondern die gibt es immer nur in Kombination mit einem Assessment Center. Und wurde auch extra für ein Assessment Center entwickelt. Also eine ganz, ganz klassische AC-Übung, die allerdings nicht in jedem AC ist. Postkop, was heißt das? Auf Englisch ist es die In-Basket-Übung. Das englische Wort beschreibt es noch ein bisschen besser, was das ist. Ein In-Basket ist einfach ein Stapel auf eurem Schreibtisch, auf dem alle möglichen Dokumente kommen. Das können Faxe sein, Nachrichten über Telefonanrufe, auch E-Mails natürlich, Briefe. Und ihr sollt jetzt entscheiden, was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Und das ist natürlich genau, was getestet werden soll. Wie geht der Typ mit Stress um? Und ihr werdet ja natürlich absichtlich gestresst. Ihr sollt irgendwie alles gleichzeitig machen und werdet so in eine klassische Stress-Situation gebracht. Ihr müsst irgendwie noch einkaufen gehen für die Familie. Ihr müsst irgendwie was zur Post bringen. Ihr müsst euch noch um Organisationen von Familienfesten kümmern. Es gibt noch Business-Posts zu erledigen. Jetzt ist die Frage, wie geht ihr da vor? Ihr werdet es nicht schaffen. Der Postkop ist an sich so konstruiert, dass es nicht möglich ist, alle Dokumente zu bearbeiten. Ihr habt hier ungefähr 30 Minuten Zeit, um etwa 50 Dokumente zu bearbeiten. Und dann kommt ein Beobachter rein oder zwei. Und ihr müsst jetzt sagen, bei jedem von den 50 Dokumenten, was ihr damit macht. So, wenn ihr in den 30 Minuten nur 40 von den 50 bearbeitet habt, ist das auch okay. Dann passt das auch. Besser als 50 so ein bisschen und 50 falsche Entscheidungen. Dann lieber 40 gute Entscheidungen. Man möchte einfach auch sehen, wie ist eure Entscheidungsfreude, auch die Risikobereitschaft und auch die Entscheidungspräzision. Also es kommt natürlich auch auf Qualität an. Also ihr müsst lieber bei 40 Dokumenten eine ordentliche Entscheidung als bei 50 keine, aber alle gelesen, alles verstanden. Oder bei 50 einfach schlechte Entscheidungen. Also versucht da eine gute Mischung hinzubekommen. Ja, aber welche 40? Welche 40 soll ich jetzt nehmen und welche 10 darf ich weglassen? Dafür hilft erstmal die Unterscheidung zwischen dringend und wichtig. Was heißt das eigentlich? Was ist dringend und was ist wichtig? Welche Dokumente solltet ihr bearbeiten? Angenommen, ihr habt 50 und ihr schafft nur 40 davon. Konzentriert ihr euch dann in der begrenzten Zeit auf das, was wichtig ist oder auf das, was dringend ist. Bitte mal Antwort. Und während ihr noch grübelt, erkläre ich mal, wie das definiert ist. Dringend ist mit einer Deadline versehen. Dringend bedeutet, da ist zeitlich Druck dahinter. Und wichtig bedeutet, die Relevanz ist hoch. Die Fallstudie ist immer sehr kontextspezifisch. Das heißt, hier hilft es extrem, wenn ihr wisst, wo ihr euch da eigentlich beworben habt. Weil genau aus dem Kontext wird die Fallstudie sein. Also zum Beispiel, ihr habt euch bei Porsche beworben. Dann wird die Fallstudie wahrscheinlich lauten, überlegt ihr, wie du die Porsche AG neu strukturierst. Das ist ja aktuell hier mit VW und so weiter. Also sowas kann ein Thema sein. Oder auch, wie du die Vertriebsmannschaft von Porsche neu aufstellst. Dass die Absätze von den Porsche-Fahrzeugen erhöht werden. Dann kriegst du irgendwelche Tabellen, wie die Standorte sind in Deutschland. Und welche geschlossen werden sollen. Und welche geöffnet werden könnten. Und hast überall die Verkaufszahlen vorliegen. Von diesen ganzen Porsche-Filialen. Und sollst jetzt ein umfassendes Konzept erstellen. Und das auch wieder präsentieren. Vor dem Beobachtergremium. Unterschied zur Post-Corp-Übung. Hier ist es ein echter Fall. Und du musst was Eigenes entwickeln. Also du musst nicht bei einzelnen Dokumenten nur irgendwie entscheiden. So oder so. Und die Fallstudie ist recht knapp. Die ist beschrieben wahrscheinlich auf so vier, fünf Seiten. Da kommt man gut durch im Lesen. Hier muss man wirklich was Eigenes entwickeln. Nämlich eine Strategie. Ihr seid sozusagen der Big Boss. Der wie eine Führungskraft jetzt entscheidet. Ihr seid also der Porsche-Chef. Gleichzeitig solltet ihr euch genauso nicht gebärden. Wie diesen Chef, den ihr hier seht. Mit dicker Zigarre und nur Geld, Geld, Geld. Sondern was natürlich hier ganz erfolgsentscheidend ist. Ist, dass ihr euch als ganzheitlich denkende Führungskraft präsentiert. Oder ihr seid der Bewerber als ganzheitlich denkender AC-Kandidat. Bei dem er sich vorstellen könnte, dass er irgendwann mal eine Führungsposition bekleidet. Das muss nicht gleich so ausgefeilt sein und ausgereift sein, wenn ihr vielleicht Berufseinsteiger seid. Oder erst fünf bis zehn Jahre Berufserfahrung habt. Es sollte zumindest zeigen, dass ihr im Prinzip analytisch denken könnt. Das ist die wichtigste Dimension in der Fallstudie. Dass ihr diese vier, fünf Seiten gelesen und auch verstanden habt. Und dass ihr aber jetzt auch was Eigenes entwickelt. Eine eigene Strategie. Eine kohärente, also zusammenhängende, in sich schlüssige, logische, stimmige Strategie. Und die irgendwie auch einigermaßen knackig in natürlich wieder limitierter Zeit präsentieren könnt. Darauf kommt es an bei der Fallstudie. Also euer unternehmerisches Denken, euer analytisches Denken und die analytisch-strategische Kompetenz. Wie mache ich das? Hier habe ich was ganz Besonderes, das ich euch heute zeigen möchte. Das ist mal was ganz Eigenes von Emmerich Consulting entwickelt. Die Delfin-Analyse, die wir auch einsetzen zur wirklichen Beratung von Unternehmen. Und die sich für AC-Kandidaten als extrem hilfreich entwickelt hat. So als Checkliste. Als Checkliste, wenn ich jetzt da sitze im Raum und meine Strategie entwickle und überlege, okay, habe ich an alles gedacht? Das ist ein bisschen, was ich jetzt da sitze im Raum und meine Strategie entwickle.